Ihr kennt die offiziellen Regeln des Inktober bestimmt schon. An jedem Tag im Oktober wird ein Bild mit Tusche zu einem bestimmten Schlagwort gezeichnet. Mittlerweile gibt es aber zig unterschiedliche Versionen dieser Challenge und deswegen möchte ich auch dieses Jahr wieder meine eigene Inktober Challenge als Community-Event mit euch zusammen starten. Ihr dürftet über das Kernthema abstimmen und habt euch für eine Character Design Challenge entschieden. Wie die jetzt aber genau funktioniert, wie ihr mitmachen könnt und welche Extras ich für euch vorbereitet habe, das verrate ich euch jetzt. Vor kurzem habe ich ein Fanart gezeichnet, welche Sailor Moon als alternative Alltagsversion zeigt. Sie trägt hier also nicht ihr typisches Dress oder ihre Schuluniform, sondern eine coole Jacke, eine etwas abgeänderte Frisur und ihre Katze Luna als Rucksack. Dieses Motiv brachte mich dann auf die Idee, einfach weitere berühmte Charaktere in alternativen Outfits zu zeichnen. Und genau das ist die Grundidee dieser Challenge. Zuerst einmal brauchen wir hierfür ja weitere Charaktere. Und damit das Ganze ein bisschen geordneter abläuft, habe ich quasi für jede Woche im Oktober eine andere Oberkategorie ausgewählt. Und die lauten für Woche 1 Anime, Manga bzw. Cartoon und Comic Charaktere. Für Woche 2 Charaktere aus dem Disney und Pixar Universum. In Woche 3 sind dann Fantasy und Sci-Fi Charaktere dran. Diesmal dann aber aus Realverfilmungen oder Serien. Und für Woche 4 habe ich mir die Oberkategorie YouTuber und TikToker ausgesucht. Okay, jetzt haben wir die Charaktere. Aber was machen wir denn mit denen? Ja, dafür habe ich mir jetzt eine Liste gemacht mit 24 unterschiedlichen Aktionen, nennen wir es mal. Entscheidet ihr euch also für den Charakter Elsa aus Frozen, könnte eine mögliche Aktion lauten aus dem Hause Targaryen oder auch geht zur Universität. Demnach würde eure Aufgabe daraus bestehen, Elsa entweder als ein Game of Thrones Charakter darzustellen oder als Studentin. Aus dieser Idee ergeben sich jetzt folgende Regeln. Regel Nummer 1 lautet, in jeder Woche im Oktober wird mindestens ein Charakter aus der jeweiligen Oberkategorie in einer der 24 Aktionen gezeichnet. Regel Nummer 2. Es ist euch absolut selbst überlassen, ob ihr die vorgefertigten Charakter- bzw. Aktionslisten von mir übernehmt oder ob ihr euch ganz eigene Charaktere und Aktionen zu jeder Oberkategorie ausdenkt. Was dann kommt, ist ganz einfach. Ihr könnt sie euch nämlich zu Hause ausdrucken, ausschneiden und dann für jede Woche verschiedene Charakter- und Aktionskombinationen ziehen. Da könnt ihr natürlich den strengen Modus fahren und auch wirklich nur das zeichnen, was ihr gezogen habt. Oder ihr geht die Challenge einfach ein bisschen entspannter an und ja, zieht einfach so lange, bis ihr eine Kombination habt, die euch gefällt und euch inspiriert. Denkt bitte dran, bei meiner Challenge soll der Spaß im Vordergrund stehen und ich möchte auf gar keinen Fall Auslöser einer existenziellen Kunstkrise sein. Das führt mich übrigens zu Regel Nummer 3, denn auch der Grad der Ausarbeitung ist für die Challenge irrelevant. Egal ob Skizze, Outlines, voll ausgearbeitete Zeichnungen, ein Charakter-Sheet oder ein Kurzcomic, es ist alles erlaubt. Natürlich dürft ihr auch so viele Charaktere zeichnen, wie ihr möchtet oder einen in ganz unterschiedlichen Aktionen. Ihr dürft Medien benutzen, die euch gefallen, die euch Spaß machen. Da möchte ich auch nichts vorgeben. Das Ganze möchte ich natürlich, wie letztes Jahr auch, als Community-Challenge organisieren. Das heißt, ganz am Ende der Challenge möchte ich eure Beiträge in einem Video zusammentragen und der Community präsentieren. Mitmachen könnt ihr auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal über Instagram, da könnt ihr mir natürlich entweder euer Foto per DM zuschicken oder ihr ladet es einfach hoch und markiert mich in eurem Beitrag. Achtet aber darauf, dass euer Profil dann auch auf öffentlich gestellt ist, sonst kann ich mir das nämlich nicht angucken. Aber Achtung, ich nutze für die YouTube-Inhalte in Zukunft ein anderes Instagram-Profil. Das, ja, blende ich hier auch nochmal ganz dick ein. Eine weitere Möglichkeit mitzumachen ist natürlich auch, mir euren Beitrag per E-Mail zuzusenden und auch die blende ich jetzt hier nochmal ein. Bei dieser Challenge gibt es zwar nichts zu gewinnen, aber es wird einige Extras für euch geben. Und zwar werde ich alle Charakter-Designs für eine begrenzte Zeit nach der Challenge als kostenlose Ausmahlseite zur Verfügung stellen. Und nicht nur das, ich werde auch alle Posen, die ich für diese Challenge hier anfertige, für euch als eine Art Basis, ja, zur freien Nutzung überlassen. Ihr könnt sie dann zum Abpausen oder Abzeichnen für eure eigenen Charaktere als Hilfestellung nutzen. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Bitte an euch. Und zwar ist eine Liste tatsächlich noch nicht fertig. Und das ist die vier Woche vier mit dem Thema YouTuber und TikToker. Also jetzt bitte ab in die Kommentare und lasst mich wissen, welche YouTuber und TikToker ihr auf dieser Liste sehen wollt. Falls ihr jetzt noch nicht so ganz im Inktober-Mood seid, dann rate ich euch auf jeden Fall, meine Videos aus dem letzten Jahr anzuschauen. Die habe ich euch als Playlist mal hier verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ciao! Ciao!